Hi, schön dass ihr wieder reinschaut bei den Hardware-Checkern. Wir schauen uns heute RGB-LED-Stripes an aus dem Hause Fantex. Das sind diese hübschen Teile hier. Das ist ein sogenanntes Combo-Set. Das heißt, wir haben hier zwei Stripes mit jeweils einer Länge von 40 cm. Das ganze Set hier, wie wir es hier finden, das gibt es bei Case King für knappe 15 Euro. Was wir dafür bekommen und was das optische Highlight an dem Teil ist, das klären wir jetzt mehr im Video. Wie ich es eben schon angesprochen habe, heute dreht sich alles um diese kleinen RGB-Stripes hier von Fantex. Die sind kompatibel zu Fantex-Gehäusen natürlich, als auch zu MSI, Mystic Light, als auch zu Asus Aura. Das heißt, wenn ihr ein entsprechendes Mainboard bzw. eine GPU da habt, könnt ihr das Ganze mit den Teilen koppeln und dann auch entsprechend der Software von MSI oder Asus eure Beleuchtung im PC steuern. Mag jetzt auf den ersten Blick relativ belanglos erscheinen. Wenn ihr allerdings sehr großes Interesse daran habt, eure Hardware im entsprechenden Licht erscheinen zu lassen und ihr sucht da das richtige Beleuchtungskit dazu, dann ist das hier vielleicht die ideale Wahl für euch. Das gibt es bei Case King, wie angesprochen, für knappe 15 Euro im Combo-Set. Das heißt, ihr habt hier zwei LED-Stripes mit jeweils 40 cm Länge. Wenn ihr sagt, einer reicht mir, ich habe ein kleines Gehäuse, dann gibt es das hier natürlich auch als Einzelset. Das kostet dann um die 6-7 Euro. So, kommen wir zu einem weiteren interessanten Punkt. Das ist ganz klar. Was ist denn alles in diesem Set enthalten? Ich habe das schon mal vor euch hier ausgebreitet, was hier alles drin ist für 15 Euro. Zum einen natürlich im Combo-Set. Es gibt zwei 40 cm lange LED-Stripes. Die sehen so aus. Sehr langlebig und natürlich auch mit Magneten ausgestattet. Somit lassen sie sich sehr einfach montieren im PC-Gehäuse oder allgemein an metallischen Oberflächen. Wie das aussieht, dazu gleich noch mehr. Es gibt natürlich auch noch ein Verlängerungskabel und passend ein Adapterkabel dazu, wenn ihr das Ganze mit einem MSI Mystic Light oder einem Asus Aura-Port an eurem Mainboard anschließen möchtet und das Ganze so synchronisieren möchtet mit eurer Grafikkarte oder sonstigen Beleuchtungen, die der jeweilige Hersteller bei seiner Hardware integriert hat. Daneben gibt es neben den Magneten auch noch die Möglichkeit, das Ganze hier per Klebepad zu fixieren. Wenn es mal nicht so ganz doll halten soll oder wenn ihr euch sicher seid, ich möchte das selten lösen, dann ist das hier auch noch eine sehr interessante Option, um die ganzen Teile zu montieren. Dann gibt es auch noch natürlich eine kurze Anleitung, wie das Ganze eingesteckt werden muss bzw. wie das Ganze verkabelt wird, wenn ihr das mit dem Mainboard koppeln möchtet oder wenn ihr es einfach so betreiben möchtet oder auch mit einem Fantex-Gehäuse. Und das hier, das ist die Rückseite bzw. die Feature-Auflistung. Das Ganze funktioniert wie angesprochen mit MSI Mystic Light als auch mit Asus Aura-Beleuchtungen. Wenn das Mainboard natürlich einen entsprechenden Anschluss dafür voraussetzt. Ein sehr, sehr großer Pluspunkt, was die Fantex RGB LED Stripes mitbringen, das ist ganz klar ihre magnetische Halterung. Man sieht das hier sehr schön. Ich habe mir ein weißes Gehäuse Seitenteil geschnappt, aus Stahlgefällig natürlich, also magnetisch anziehend. Wir haben hier einen Magneten und unter anderem auch hier, das ist nur ein Ausschnitt von dem ganzen RGB LED Stripe. Allerdings zum Veranschaulichen sollte das erstmal reichen. Ihr seht hier, das Ganze kann man hier bequem einfach hinsippen und schon ist das Ganze fixiert. Besonderheit ist jetzt noch, wenn ihr das zum Beispiel am Deckel in eurem Gehäuse fixieren möchtet oder vielleicht auch an der Seite, je nachdem, was ihr für einen Beleuchtungseffekt haben möchtet. Da kann es auch hilfreich sein, dass ihr natürlich die entsprechenden Klebepads hier verwendet, zusätzlich zu den Magneten. Nichtsdestotrotz, Fantex hat sich hier eigentliches überlegt und das ist wirklich, meiner Meinung nach, wirklich sehr cool gelöst. Damit ich jetzt euch natürlich nicht nur einige interessante Infos zum Fantex LED Stripe gegeben habe, sondern euch auch zeigen möchte, wie sieht das Ganze in echt aus. Ich filme euch das jetzt hier gerade live ab. Nochmal zur Erinnerung, das ist hier ein ARM 3 Plus System. Wir haben hier die Möglichkeit, den Chipsatzkühler zu beleuchten. Den sehen wir hier, als auch natürlich den eigentlichen LED Stripe von Fantex. Das ist dieses hübsche Teil hier. Auch ist die Möglichkeit gegeben, dass ihr euren Audiobereich, was die LED-Abtrennleiste angeht, separat einstellt. Das sehen wir jetzt hier nicht auf dem Bild. Ich denke, zum Veranschaulichen des Ganzen reicht dieser kleine Blick hier einfach mal aus. Wir sehen jetzt hier, wir haben das Ganze jetzt mal auf grün eingestellt. Standardmäßig leuchtet bei MSI ja bekanntlicherweise alles rot. MSI Gaming. Und jetzt verstellen wir in der App das Ganze einfach mal auf lila, was die LED Stripes anbelangt. Und tada, so sieht das Ganze aus, wenn man das dann lila beleuchtet. Und das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir können jetzt auch sagen, ich hätte das gerne orange. Machen wir einfach mal als Beispiel. Zack. Und schon leuchtet das Ganze etwas mehr in orange. Oder ihr hättet es lieber in Türkis. Sagen wir einfach mal. Auch da apply. Und schon ist das Ganze in dieser Farbe hier. Das Coole ist, ihr könnt die ganzen Sachen getrennt einstellen, wie ihr sicher erkannt habt. Das heißt, der Chipsatzkühler als auch die LED Stripes können eine andere Farbe voneinander getrennt haben. Im Endeffekt könnt ihr auch, wenn ihr einen einheitlichen Look wollt, das Ganze dann insgesamt einstellen. Das heißt, für jeden ist hier die Möglichkeit gegeben, sein System, was die Lichtstimmung anbelangt, zu personalisieren. Im Endeffekt ist es jetzt auch noch so, wer jetzt gedacht hat, ja, ein bisschen Beleuchtung, das ist ja ganz cool. Es gibt auch noch Effekte. Ihr seht das hier schon im Video. Das Ganze nennt sich jetzt hier pulsierend. Es gibt noch einige weitere Effekte. Ich möchte euch jetzt nicht alle zeigen, weil das sprengt den Rahmen des Videos ein bisschen. Ich stelle jetzt einfach mal noch Regenbogen ein. Das dürfte eigentlich selbst erklärt sein, was das Ganze ist. Und so sieht das Ganze aus. Interessant ist natürlich, infolgedessen auch der LED Stripe funktioniert, wie ihr sehen könnt, auch hervorragend. Wirklich, also Phanteks hat hier wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das Ganze ist kompatibel mit MSI Mystic Light oder auch Asus Aura. Das heißt, wer jetzt einer dieser beiden entsprechenden Beleuchtungsoptionen in seinem PC drin hat, was das Mainboard jetzt erstmal anbelangt, der hat schon mal einen großen Pluspunkt, was die Personalisierung anbelangt. Mit der entsprechenden LED-Beleuchtung. Ja, kommen wir zu meinem kurzen Fazit zu den Phanteks RGB LED Stripes, beziehungsweise dem Phanteks LED Adapter in RGB. Das Produkt gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist vor allen Dingen für Leute interessant, die ein Asus Aura Board haben oder auch ein Board mit MSI Mystic Light. Da habt ihr die Möglichkeit, mit diesen schicken LED Stripes hier die Lichtstimmung in eurem PC an eure persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Besonders cool finde ich, das Kit ist relativ preiswert. 14,90 Euro, also knapp 15 Euro kostet das bei uns. Sie bieten eine magnetische Halterung. Zudem gibt es auch noch Klebehalterungen. Ihr könnt das Ganze dann per App extrem einfach einstellen. Und auch ansonsten habe ich an der Verarbeitungsqualität oder auch am Handling dieser Produkte hier absolut nichts auszusetzen. Wenn ihr also auf der Suche seid nach RGB LED Stripes für euren PC und anderem auch, wenn ihr eben ein MSI oder ein Asus Aura Board habt, dann solltet ihr unbedingt euch diese Teile hier ansehen. Den Link zum Produkt, den gibt es direkt bei mir in der Videobeschreibung. Weiterhin ist noch anzumerken, wenn ihr schon ein Fantext-Gehäuse habt mit dem Support für RGB LED Stripes, dann gibt es natürlich noch einen sehr, sehr cooleren Effekt. Wir haben uns das heute einfach mal mit MSI angesehen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Reinschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.